Ich bin im IT-Vertrieb und als Global Key Account Manager für einen unserer Großkunden zuständig. Meistens mit unserem Service Management, mit unseren internen Consultants und Technikern, aber auch mit externen Partnern wie unseren Partnerherstellern. Nein, jeder Tag sieht anders aus. Ich habe Kundentermine, ich habe Termine mit dem Hersteller, ich habe interne Termine und alles dreht sich darum, möglichst viel der Anforderungen für unseren Kunden zu erfüllen. Ich war vorher bei einem anderen großen IT-Dienstleister und war danach auf der Suche nach einem IT-Trainee-Programm im Vertrieb und bin zu Computer Center gekommen. Ich habe so gut wie alles aus dem Trainee-Programm mitgenommen, aber vor allem mein Netzwerk. Die Kollegen, die ich damals kennengelernt habe, sind heute Gold wert und ich bin froh, sie damals kennengelernt zu haben. Nach dem ersten Computer Center Kick-Off, bei dem alle Vertriebler und sonstige Funktionen bei uns zusammenkommen und gemeinsam ihre Erfolge genießen, das war toll und das war der Zeitpunkt. Man kann jeden immer alles fragen, egal wann, wo, wie und wie doof die Frage manchmal auch erscheinen mag. Backpacking, da kann man viel mehr erleben als beim All-Inclusive-Urlaub. Da muss ich nur eins sagen. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Auf tolle Kollegen, auf einen tollen Teamzusammenhalt, mega coolen Team-Spirit, coole Events, große Erfolge, kleinere Erfolge und einfach Spaß.